mehr ist er so wer wollte johann sagen dass sie besser gesagt und julian floh ich meinte ich war es bei mir auf feuer gesetzt bei mir brennt die bude jetzt auch ja vorher ist er mich jetzt an der motto ja ich stehe auf euch mal kurz und mal schnell an wir sehen uns wenn du in die Ops ja aber du siehst nicht was ich dann mache ja aber du hast uns gerade verraten ja das war ja auch nur so die Leute hätte ich jetzt nicht gedacht ich bin freundlich aber den ganzen Tag lange Weile und muss nur treu ist so so witzig und scheiß ich weiß nicht wie witzig du bist das ist ein richtiger cooler boi boi ja boi ein hier so cool boi you are very cool boi du auch teils und mein trobenbaum ist gewachsen sehr schön alle jähne teils gerade du warst leidens leckten du und du ich lege die ganze Zeit du leckst eine froh h h h h Prozent 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 ja nur das ist die erste Spaß das ist jetzt leider wenn ich halte das ist wir aus dem Scheißegal ja es ist ja bei Babos Trüm der Acker die Schrauben der Haar ich will lieber nicht wissen was wir für ein Passwort bei uns haben meinst du wo denn kurz alles klein geschrieben also ihr könnt uns gerade jetzt nachträgen wir werden dieses passwort übrigens zukünftig auch noch verwenden denke ja denke ich auch das wäre voll lustig ja ich habe jetzt schon über 30 gold ich weiß nicht wofür ich verwenden brauchen muss soll sollte tränke heilungs tränke oder unsichtbarkeitstränke au ich bin der feuer reingesprungen immer mit den unsichtbarkeitstränken wir haben immer noch keine karotten julian ich weiß nicht wie lange du brauchst ja wir haben immer noch karotten wir haben keine karotten du kunde ja du hast eben gesagt wir haben immer noch karotten dann habe ich vielleicht geleckt ich habe aber gesagt wir haben immer noch keine karotten wir haben nur eine erzetruhe da wo du gerade reinguckt hast du ja guck mal ja kann ich ja fuflo scheiße ich meine ärzte jetzt erst mal mit nirgendwann hat jetzt mal aufhören mit dem scheiß feuerzeug du wolltest heute nicht trollen du pisser ich wollte martin nicht rollen du wolltest allgemein nicht rollen ach so da habe ich es nicht geschafft ich komme gleich zu dir vorbei ne ja fleur einfach wie kann man denn einfach so unproduktiv sein ich verstehe es nicht ich bin die ganze zeit hier eigentlich darauf dass nacht wird dann macht wer hat das noch einfach was anderes ja mache ich jetzt auch in die ganze zeit bauen und machen und das ist recht jetzt so verdient einfach nur nein eine köln der hat das schöne baum und stehen lassen also wirklich echt krebs der das war und er den ich doppelt höre Julian na ich bin das nicht junger hat die Arbeit gedoppelt wenn man sich doppelt hört von das Rauschen dann würde doch TS anzeigen dass bei mir von mir zaut ausgeht ja macht's doch auch man hört den anderen auch das Rauschen wenn man sich doppelt hört ja bei euch rauscht es auch du bist der einzige der sich nicht beschwert dass es sich doppelt hört ich beschwere mich nicht ja ich gebe es zu martin stinkt nach kaka ja ein gewisser stefan bremser wird jetzt bestimmt auch lachen wer ist das ich schick's hier bei whatsapp da kommt doch nichts ordentliches aus ich hab echt nichts zu tun kann er sein ich bin grad bäume fahren gespaß ja ich bin gerade meine küsse beschriften ja das ist also das werde ich nicht der macht nichts ja ich steh grad rüber ich auf mein handy gucke also ja sag ich doch du machst nix wenn man nicht weiß wie es mit dem handy ist martin so wie bei dir dann haha das ist witzig haha haha i'm not saying you're gay but you're gay das ist so dumm das kenn ich ja das hab ich ja letztes gezeigt i'm not saying you're gay but you're gay ach Stefan bremser war ja ne ich finde ihn grad nicht jemand an meinem handy und hat ach ja ich hab grad schon so deine mama ja guckisch da guckisch wie wärs wenn wir den ganzen wald ähm die ganzen bäume weg machen dass der vollkommen kahl ist irgendwann dann sieht das richtig scheiße aus ich weiß nicht warum warum mache ich eigentlich mit euch so ein kreatives projekt obwohl ihr einfach nicht die leute seid die mal ordentlich bauen können konzentriert das stimmt doch gar nicht doch ja was du nur hast ich bin doch hier grad am holzfarm ich red doch nur dabei du kopierst alles von mir zum beispiel weil du einfach keine eigenen ideen hast das zeigt das zeigt doch schon mal alles ja martin ist einfach zu anspruch hat viel zu viel auf meine ebene weil meine schöne seit seine auf jeden fall ist deine ebene schöner jetzt habe ich auf deine ebene neidisch bin du hast die morgen kann ich sagen ich zehn sekunden lang nichts mache dass ich unfähig bin und nichts tun würde ich habe zwar nicht mal zu dir geguckt als ich das gesagt habe aber es hat ja in dem moment bestimmt und das hat schon mal alles für mich wieder ausgesagt ja doch sein könnte ich gerade schildern beschritten weil ich kann immer noch machen ich habe trotzdem nicht geguckt ob du was machst aber du hast ja selbst zugegeben ja ich bin gerade an meinem handy ja für zehn sekunden wollten aber mein handy ist ja ich habe sogar darüber geredet gerade ich mein handy war ja deswegen habe ich ja gesagt dass du nichts machst du bist doch so ein kompetentes stück code meinst du so wie du ja so wie ich bestimmt das war es ein großes kaffee trinken das würde ich auch im zimmer haben ja ja voll das luxus schwein die rufen ist dann nicht immer so was wie wenn du gerufen hast dann kannst du einfach dauer geht es in einem stück auch auf den sack aber das habe ich besser als gerufen zu werden die ganze zeit oder ja und hast du jetzt seine fäden zusammen nein und eine einzige ich habe ein einziges einen einzigen faden aber ich brauche ja wo ich gucke noch ein paar setzlinge gedroppt sind oh ja sehr gut noch zwei stück habe ich wieder 16 das geld hat sich gerade zweimal selbst getroffen so ein dummes gelät wie machen wir das dann krebst du dich dann ach wir haben doch einen spinnenspawner ja klar da wollte ich ja auch fragen wollen willst du da nicht mal hingehen und da mal spinnen fahren ich brauche jetzt diese treppe cool ich kann dir gleich helfen wenn du möchtest ja du musst dich dann nur noch durchgraben das machst du dann im back bütches ja er hat noch zehn minuten zehn sekunden gefressen was habe ich so ein richtiger game und du gehst nur so zehn sekunden weg dann kommst du wieder ganzen tag am suchten seht sehe ich das richtig nein zwei spielen getötet drei fäden bekommen boah julia was machst du ja für es ja dieses muten und end muten das nervt so ich weiß nicht ob euch das genauso geht aber ich finde das bin ich habe dich gerade gesehen wo ist es so fucking dunkel von unten oder nur meinen namen ich hab dich direkt vorbeilaufen sind ich war ganz nah bei dir lol wo bist du ich bin doch immer ganz nah bei dir wo ich dir bei glauben oder so hast du vielleicht bei Huhn ja ich war das Huhn hast du gesehen hättest du nicht grad unten bei unserer alten Base dann gelaufen noch ich bin ich bin ich habe jetzt auch um ich bin warte um ein ernein das ist ja erinnert sowas einziger sind verstanden haben ja 2l pass auf die städte wird Pass auf gleich kotzt er sich auf seine Tastatur Boah, kennt ihr das, wenn so Krümel unter eurer Tastatur sind und wenn ihr dann so die Tastatur drückt, dann macht's knack Und dann sind die Krümel so noch mehr zerkrümelt Dann hilft es die Tastatur Oh mein Gott, oh mein Gott, ich hab ein Skelett vorhin getötet und hab einen ganzen Bogen bekommen Und merk das jetzt errscht Ah ne, da hab ich mir grad gemacht Oh mein Gott, bin ich dumm Julian frisst immer noch und witt nichts Nein, das bin aber, ich glaub, ich bin hier abgeholt Dich kann man so schön ärgern, ey Ich bewärbe dafür, dass Flo dich auch mal ärgert Mein Mund war eben so feucht, konnte ich mehr kauen Ich sollte mal kleinere Äpfel Alles froh, alles froh Hat sich nicht angehört wie ein Apfel Ja, wie ein kotzes Eichhörnchen Ja, genau Ja Martin sieht nämlich täglich kurz in der Eichhörn Ich weiß jemand nochmal wie Ähm Ach scheiß, wie heißen die Tile Das ist so ein Redstone Scheiß Warte mal, wie heißt das Tile Genau, Redstone Comparator Wie der geht Ähm Quarz irgendwie, aber das hab ich letztens gemacht Aber ich weiß nicht mehr wie Äh, ganz unterste Reihe mit Stein Ein ganz oberster Ein ganz oberster Ein ganz unterster Mit äh, clean stone Clean stone Dann rechts und links fackeln Und in der Mitte dieses Quarz Oder ne Drei Fackeln Doch ich glaub das richtig Und dann darüber dieses Quarz Okay Ich weiß nicht, ich kann ja das Rezept auch nicht gut merken Wenn man nicht ehrlich sein soll Martin, kannst du mir mal die Koordinaten der Base sagen? Ähm Da wo ich grad bin 250, 185 Nochmal Irgendwie funktioniert das nicht, wie du das gesagt hast Warte, ich guck jetzt nach Ich weiß es nämlich selbst nicht genau Ja Martin steht grad nur Sinusro und macht nix Ach du Scheiße Soll ich jetzt nachgucken? Oder hast du das schön? Ja Wird grad die ganze Zeit aus irgendwie Ähm Oh man, ich hab in der ganzen Nacht doch kein Monster gesehen Ich bin die ganze Zeit draußen rumlaufen Was willst'n du suchen? Monster Martin Sacker, wie geht's denn? Ja, chill Mein Browser hat halt grad ein bisschen ne Macke Nee, lädt einfach langsamer wegen der Aufnahme Mal gucken, ob ich das richtig gedacht hab Ah Rechts und nix Fackel und noch ne Fackel drüber So war das Auf jeden Fall drei Fackeln, da war ich mir sicher Ah, okay Ja, jetzt hab ich's auch Ich dachte erst das Quarz und die Fackel vertauscht Ist auch ein Tageslichtsensor bauen Ist auch ein Tageslichtsensor bauen Nene Achso Genau bei dem weiß ich wie er geht Loll 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 Das ist ein Tageslichtsensor Ich kann es nicht so